Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihnen allen ein sehr herzliches Willkommen zu Handwerk trifft, hier im Theater Rüsselsheim im Bereich der Kreishandwerkerschaft Groß-Gerau. Ich freue mich sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Einen schönen guten Abend. Ganz bewusst geht die Handwerkskammer Frankfurt Rhein-Main mit diesem Format an unterschiedliche Orte im ganzen Bezirk und wir sehen es als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung, Veranstaltungen mit interessanten Persönlichkeiten zu relevanten Themen anzubieten. Ein besonderer Willkommensgruß gilt unserem heutigen Gast. Schön, dass Sie heute Abend bei uns sind. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Oliver Bierhoff. Als Stürmer gingen Sie für Vereine in Deutschland, Italien und Österreich auf Torejagd. Sie waren ein sehr erfolgreicher Fußball-Nationalspieler, wurden mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Jahr 1996 Europameister. Viele erinnern sich noch sehr gut daran, wie Sie mit Ihrem Tor in der Verlängerung dem Golden Goal die Nationalmannschaft zum Gewinn des Titels schossen. Nach Ihrer aktiven Fußballerkarriere hatten Sie ganz offensichtlich immer noch nicht genug vom Fußball, wechselten aber die Perspektive. Zunächst als Manager der Fußball-Nationalmannschaft mit den Highlights des Weltmeistertitels bei der WM 2014 in Brasilien und seit 2018 sind Sie einer der Direktoren des DFB. Seit diesem Jahr sind Sie auch Geschäftsführer der DFB, GmbH und Co. KG und in dieser Funktion unter anderem verantwortlich für die Bereiche Nationalmannschaften und Akademie. Zur DFB Akademie haben Sie einmal gesagt, wir möchten heute sagen können, was morgen gefragt ist. Einen Schritt schneller sein, genau wie auf dem Rasen. Das sehen auch wir so, ob auf dem grünen Rasen oder im Handwerk. Es braucht eine ausgezeichnete, durchdachte und zukunftsorientierte Ausbildung. Denn ohne gute Ausbildung, ohne grundlegendes Wissen und ohne die harte Arbeit der vielen Handwerkerinnen und Handwerker würde es weder die neue DFB-Akademie in Frankfurt noch sonstige Trainingsmöglichkeiten oder Stadien geben. Ohne die Handwerkerinnen und Handwerker läuft nichts, so wie Sie es selbst in Ihrem Video für den heutigen Abend gesagt haben. Sie haben sich als Fan des deutschen Handwerks geoutet und mir auch gerade nochmal im persönlichen Gespräch bestätigt. Das ist toll und es gibt tatsächlich viele Gemeinsamkeiten in der Welt des Sports und des Handwerks, nicht nur den Willen, am Ende ein erfolgreicher Meister zu sein. Nun zurück zum Fußball. Fußball ist für viele mehr als nur ein Sport. Für viele Fans ist Fußball das Leben. Er bringt Menschen zusammen und verbindet über Grenzen hinweg. Vereine helfen bei der Integration und engagieren sich gegen Diskriminierung. Auf der anderen Seite bewegen Diskussionen um Spieler- und Beratergehälter, Gleichberechtigung und die Vergabe von Turnieren die Öffentlichkeit. Daraus ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen Fußball als Wirtschaftssektor, sportlicher Leistung und gesellschaftlicher Verantwortung, das immer wieder neu ausbalanciert werden muss. Über genau diese Balance, was Fußball und Handwerk gemeinsam haben und wie wir zusammen unsere Gesellschaft stärken können, darüber möchten wir heute Abend mit Ihnen sprechen, lieber Herr Bierhoff. Nun, liebes Publikum, Sie können unschwer erkennen, dass unser zweiter Gast hier nicht Michel Friedmann ist. Wir begrüßen heute Abend als unseren Moderator Herrn Michael Horeni. Lieber Herr Horeni, Sie sind Sport- und Fußballkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und sind sozusagen unser Feuerlöscher heute Abend. Dafür unser ausdrückliches Dankeschön. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend die Moderatorenrolle übernommen haben und so kurzfristig eingesprungen sind. Michel Friedmann lässt Sie natürlich alle sehr herzlich grüßen. Er kann seinen gewohnten Platz heute leider nicht einnehmen, da er an Corona erkrankt ist. Wie soll es anders sein? Lieber Michel, wir senden dir von hier aus unsere herzlichsten Genesungswünsche. Auch dafür bitte ich um einen Applaus. Nun möchte ich nicht versäumen, noch ein, zwei Ehrengäste zu begrüßen. Und natürlich begrüße ich ganz herzlich unseren Ehrenpräsidenten Bernd Ehinger, für den das Fußball auch das Leben ist, nicht wahr? Herrn Vizepräsident Ludwig Held, guten Abend, unser Kreishandwerksmeister Ulrich Tögel und auch der Geschäftsführer der Kreishandwerkschaft Nils Gliesing, einen herzlichen guten Abend. Ebenso wie die Landtagsabgeordnete Sabine Bächle-Scholz, ich habe es jetzt, ah, da, hallo. Und den ersten Stadtrat, Herr Jürgen Schulz. Schön, dass Sie bei uns sind und herzlich willkommen. Auch Ihnen einen herzlichen Applaus. Applaus Bevor ich nun das Wort an Herr Horeny weitergebe, noch der Hinweis an Sie hier im Rüsselsheimer Theater. Sie können uns gerne Ihre Fragen stellen, wenn unser Moderator, Herr Horeny, später die Fragerunde eröffnen wird. Bitte warten Sie dann, bis das Mikrofon zu Ihnen kommt. Sie können dann gerne kurz und knapp, aber dennoch laut und deutlich Ihre Frage ins Mikro stellen. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Ihre Beteiligung. Und nun freuen wir uns auf einen spannenden Abend, ein spannendes Gespräch. Lieber Herr Horeny, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die freundlichen Worte zur Einführung und sozusagen von der Ersatzbank jetzt hier auf dem Moderatorenstuhl. Und ich würde eins vorab schicken. Oliver Bierhoff gehört zu den ganz wenigen Menschen, mit denen ich beruflich seit vielen Jahren zu tun habe, mit dem, oder wir sind miteinander per Du. Und das hat sich zugetragen, als es die Frankfurter Allgemeine noch ein Magazin hatte. Die Älteren von uns werden sich daran vielleicht noch erinnern, unsere Leser. Und die sagten, da gibt es einen Spieler in Italien, der geht da einen anderen Weg. Oliver Bierhoff. Da haben wir uns 1995 in Udine für zwei, drei Tage kennengelernt. Und was dann daraus geworden ist, aus Oliver Bierhoff wurde eben vorgetragen. Das hat noch keiner geahnt. Und seitdem sind wir per Du und das wollen wir heute auf der Bühne auch so halten. Und ja, wer die Einladung gesehen hat, da waren drei Stichworte genannt. Fußball und da wurde genannt Torjubel, da wurde genannt Business und es wurde genannt gesellschaftliche Verantwortung. Und darüber wollen wir natürlich heute auch in vier verschiedenen Blöcken versuchen, so ein bisschen darüber zu sprechen. Das eine Thema, wo man ganz nah dran ist, wenn man beim Business ist, beim Fußball. Die Frankfurter Fans werden sich morgen darauf freuen, Champions League geht los, ist der wirtschaftlich erfolgreichste Fußballwettbewerb der Welt. Das wird ein Thema sein, was der verändert hat, dieser Wettbewerb im internationalen Fußball, beziehungsweise auch im nationalen Fußball. Ein Thema wird natürlich sein, WM in Katar. Da haben wir diese Themen Business, da haben wir das Thema Politik und wir haben das Thema gesellschaftliche Verantwortung. Das wird die Nationalmannschaft in einer besonderen Weise im November betreffen. Da werden viele Fragen kommen, die mit dem Fußball nichts zu tun haben, ist ja jetzt schon der Fall. Die DFB wird sich da in irgendeiner Weise positionieren, positionieren müssen. Das dritte Thema, was auch in diesem Thema gesellschaftliche Verantwortung fällt, der Frauenfußball. Wir haben das jetzt erlebt mit der Europameisterschaft, die Diskussion zum Thema Equal Pay, beziehungsweise Equal Play. Oliver Bierhoff hat ja auch dann einen Dialog mit unserem Bundeskanzler geführt. Da könnten wir auch nochmal drauf eingehen, was dann möglich ist, wo da die gesellschaftliche Verantwortung ist. Und wie das auch dieses Thema Gleichberechtigung, wenn es im Fußball geht, wenn es mit dem Fußball übertragen wird, was das auch für eine Breitenwirkung auf einmal auch in diesem Fall hat oder in Zukunft auch noch haben wird. Und das vierte Thema, deswegen gehen wir ja fast alle, die Fußball mögen, ins Stadion, Torjubel. Und dann werden wir natürlich darüber reden, wohin sich die Nationalmannschaft entwickelt. Nach vier Jahren, die nicht gut gelaufen sind, wieder ins Positive. Was ist mit dem deutschen Fußball, wo entwickelt der sich hin? Das werden so unsere Themen sein, mit denen wir Sie in der nächsten Stunde am besten unterhalten werden versuchen und auch zu informieren. Und da das Thema auch natürlich das Handwerk ist, Oliver, die erste Frage. Als Fußballer, welches Handwerkszeug hast du sozusagen mitgebracht, was dich dorthin gebracht hat in deiner Karriere, wo sie dich hingeführt hat, eben zu diesen Titeln? Und andererseits, was müssen die Spieler heute an Handwerkszeug mitbringen, um eine Weltkarriere hinzulegen? Wovor wir uns ja wünschen, dass das bei der Weltmeisterschaft auch so klappen wird. Ja, auch von meiner Seite guten Abend. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung, hier zu sein, dass wir ein bisschen plaudern über sehr viele Themen. Ja, ich glaube, was hat mich dorthin gebracht, wo ich bin, mit Sicherheit, Disziplin und Ausdauer und auch ein gewisser Fokus. Natürlich hat man persönliche Talente mitgebracht. Ich glaube, das größte Talent bei mir war am Ende eigentlich die Torgefährlichkeit. Davon habe ich als Stürmer gelebt. Also ich wurde auch immer sehr stark an Toren gemessen. So ungefähr, wenn ich ein Tor geschossen habe, war das Spiel sehr gut. Wenn ich keins geschossen habe, dann war die Bewertung schon wieder schlechter. Das war also mein tägliches Brot. Und ich glaube aber einfach wirklich auch, diese Hindernisse zu überstehen, wenn man meine Karriere verfolgt, über 17 Jahre Profitum. Die war auch sehr wechselreich mit Auf und Abs und auch schwierigen Zeiten. Das ging von auch Arbeitslosigkeit über den zweiten Bildungsweg, über Österreich, zweite Liga Italien auch wieder an die Spitze. Dort teilweise auch schwierig mit Morddrohungen, mit sechs Monaten kein Gehalt erhalten. Bis hin dann zum AC Mailand und dort auch die Meisterschaft gewonnen. Also es war eine sehr gute Schule, sehr erlebnisreich. Ich glaube, die Spieler von heute brauchen natürlich noch mehr technische Fähigkeiten in der Ballverarbeitung, in der Schnelligkeit. Aber ich glaube, das geht generell auch bei, natürlich auch im Spitzensport, nicht nur beim Fußball so. Die Mentalität, die Psyche ist schon sehr wichtig. Das kennt man auch von anderen Sportarten, beim Tennis oder so, was man hört. Die Qualität, teilweise die Schnelligkeit, wie jemand läuft oder wie jemand schießt, die ist gar nicht so unterschiedlich. Die Frage ist, wie häufig kann das abrufen? In welchem Moment trifft er welche Entscheidung? Und die Einflüsse auf die Spieler sind natürlich jetzt sehr viel höher geworden. Sowohl medial, aber auch mit dem Ganzen, was drumherum passiert, sehr viel transparenter. Also für so junge Menschen, die dann 20, 22, 24 sind, sind da schon unglaublich viele Einflüsse, die da einwirken. Und das Ganze auszublenden und sich immer wieder auf die Arbeit zu konzentrieren, seine Fähigkeiten vorzubringen, die sind schon wichtig. Und beim Fußball muss man nur sagen, ist das Schöne, man kann mit recht vielen unterschiedlichen Fähigkeiten trotzdem erfolgreich sein. Also wenn ich dann mal überlege, also selbst ein Didier Deschamps, der also Weltmeister, Europameister mit Juventus und Marseille gewonnen hat. Wenn ich mich den als Spieler vorstelle, der war weder schnell, der war weder groß, der hat keinen guten Schuss gehabt, keinen guten Kopfball, aber er war unglaublich intelligent und strategisch unterwegs. Und andere haben wieder andere Fähigkeiten. Und das ist eigentlich auch das Schöne an dem Sport. Du hast einen Aspekt genannt, der dich ausgezeichnet hat, Widerstandsfähigkeit. Das ist ja auch, das ist ja, würde ich sagen, ein Aspekt, der auch heute immer noch extrem wichtig ist. Ist das etwas, was man lernen kann oder ist das etwas, was man mitbringen muss? Also ich glaube, man kann es sich natürlich ein bisschen erlernen und natürlich bringt die Erfahrung dich weiter. Also wenn du jetzt zwei, dreimal irgendwo wirklich in der Krise warst und wieder rausgekommen bist, dann bist du beim vierten Mal einfach natürlich überzeugter, dass du da auch wieder rauskommst. Und ich frage mich das natürlich häufiger, dass ich, wie das so war, auch bei meiner Karriere, auch in gewissen Momenten dann einfach die Ruhe und die Nerven zu bewahren. Das geht mir auch jetzt noch so. Ich glaube, das ist irgendwie dann eine gewisse Charaktereigenschaft, wo man dann doch ein bisschen nervöser ist oder anfälliger und sich leichter auch abbringen lässt, während der andere doch in sich ruht und versucht dann eben auch seinen Weg zu finden. Das war schon sehr viel, sehr viel Charakter und man muss nicht an Horoskope glauben, aber egal, wo ich in meinem Horoskop hinschaue oder chinesisch oder was auch immer, irgendwo komme ich immer auf Erde, 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 also sehr bodenständig. Ich glaube, verbindet jetzt auch nicht unbedingt jeder damit immer. Aber doch merke ich das eigentlich, dass ich da nicht schwimme und am Ende, trotz schwieriger Phasen, immer genau eigentlich wusste, was ich erreichen will. Jetzt mal, um den Bogen ins Heute zu kriegen, den Boden unter den Füßen zu behalten und dann den Schritt zur Champions League zu machen. Die besten Spieler, die dort spielen, die sagen, naja, 15 Millionen Euro sind mir eigentlich zu wenig. Ich habe zu wenig Wertschätzung. Ich gehe dorthin, wo ich mit 20 Millionen deutlich mehr Wertschätzung erfahre. Dort auf dem Boden zu bleiben, das ist ja nun eine Entwicklung, die in der Champions League durch die Entwicklung der letzten 20 Jahre, in die neue Dimension ist das ja gekommen, was die finanzielle Ausstattung der Vereine beziehungsweise auch der Spiele angeht. Da erst mal die Frage zu den Spielern. Wie ist es dort möglich, da diese Boden, diese auf der Erde zu bleiben, diese Widerstandsfähigkeit auch durch diese Dinge zu schaffen beziehungsweise zu erhalten? Also erst mal dieser Begriff Wertschätzung, den habe ich ja selbst auch bei Personalgesprächen. Ich weiß nicht, ob das auch viele bei Ihnen nämlich mehr haben. Das ist schon wirklich, wie der Begriff benutzt wird, ist eigentlich immer wieder verkehrt, weil Wertschätzung gebe ich in vielerlei anderen Aspekten und hat jetzt im ersten Schritt nichts damit zu tun, ob es eben 10, 100 oder 1.000 sind. Ich habe mich letztens auch mal gefragt, was ist bodenständig? Und ist bodenständig trotzdem jemand, der eine S-Klasse fährt? Kann der bodenständig sein? Und kann er? Ja, ich habe das auch mit Freunden mal gefragt, weil ich immer natürlich, diese Diskussion so kommt und für mich macht sich Bodenständigkeit, ist eigentlich eine innere Haltung und ein Verhalten und hat jetzt weniger damit zu tun, ob ich jetzt ein teures Auto fahre oder ob ich mehr Geld ausgebe, weil ich irgendwie gut verdiene oder weniger, sondern es ist eigentlich eine Einstellung zu gewissen Dingen. Und die können natürlich Spieler sich bewahren. Aber man muss natürlich sagen, wenn man sehr früh, und das passiert bei den Spielern mittlerweile immer früher, in dieses Umfeld kommt, in dem man eigentlich in einer Glocke am Ende ist und eigentlich nicht in einer Realität. Und das darf man eigentlich vielen Spielern ja gar nicht vorhalten. Sie kommen mit 15 in Internate, es dreht sich alles um Fußball. Das passiert übrigens nicht nur beim Fußball, das passiert auch im Tennis oder in anderen Sportarten, wo man dann also wirklich in dieser Welt ist. Und das ist jetzt so, dass sie in sehr jungen Jahren dann schon die Möglichkeit haben, sehr viel Geld verdienen. In einer sehr, sagen wir mal, das habe ich dann als Spieler auch erlebt, alles dreht sich um dich und alle reden über dich und mit dir und du stehst immer im Mittelpunkt. Und wenn du auch mit der Familie bist oder mit Freunden, alle wissen, was du gemacht hast, alles wird bewertet. Und jeder sagt, der ist vielleicht ein schlechtes Spiel gehabt, jetzt müssen wir mal in Ruhe lassen. Also man ist in so einer fast gar nicht normalen Welt halt. Und deswegen ist es immer wichtig, natürlich, was viele sagen, dass man natürlich seine alten Freunde hat, dass man versucht natürlich auch immer wieder, auch das normale tägliche Leben auch stattfinden zu lassen, mit einkaufen und so weiter. Aber es fällt natürlich schwer. Und irgendwann, auch das ist natürlich so, je häufiger man natürlich Zahlen mitbekommt und natürlich ständig auch immer in diesem Umfeld ist, wo das Normalität ist, glaube ich, kann man das auch einfach nicht mehr greifen auch und nicht mehr einschätzen. Auch wenn man vielleicht sagt, naja, ich weiß, was ein normaler Arbeiter verdient. Und ich glaube, so richtig greifen ist dann halt schwer. Das ist eine Herausforderung. Und ich finde auch für die jungen Menschen, ist es natürlich eine schöne Situation, aber in dem Alter trotzdem auch eine Herausforderung und eine Aufgabe zu bewältigen. Wenn wir zum Sport kommen, also wenn jetzt morgen in Frankfurt zum ersten Mal Champions League gespielt wird, da sind auch die Spieler, für viele ist es auch das erste Mal, da ist eine riesige Begeisterung, also sowohl bei den Zuschauern und wie bei den Spielern, die das zum ersten Mal machen. Ich denke aber jetzt zum Beispiel an einen Nationalspieler wie Toni Kroos, der seine 17. Champions League-Saison wahrscheinlich spielt und sein 500. Spiel macht und sein 60.000. Pass spielt, der auch ankommt. Wie erhält man sich sozusagen die Freude an dem Neuen? Ist das unter diesen Umständen auch sowohl dieses immer wiederkehrende, der Rhythmus und auf der anderen Seite ja auch diese finanzielle Ausgestattetheit, was natürlich auch zu einer Sattheit führen kann? Also ich glaube mal, die finanzielle Ausstattung führt nicht zur Sattheit. Und ich habe in meiner ganzen Karriere, obwohl auch ich Prämien bekommen habe, ich habe nie ans Geld gedacht. Und ich glaube, wenn immer du anfängst, im ersten Schritt das Geld zu sehen, wirst du nicht erfolgreich sein. Also du musst es einfach machen. Das kommt am Ende. Und das muss man natürlich auch sehen. Das sind alles Wettbewerbsmenschen. Die vergleichen sich ständig. Die sind natürlich in der Welt, wo man schaut, an welcher Position stehe ich. Und da ist es natürlich manchmal gar nicht mehr die Sache, ist es jetzt das Geld, sondern in welcher Position stehe ich? Welchen Rang habe ich? Was bin ich dem Verein wert? Und die guten Leute, die haben ja eine Motivation aus sich heraus. Denn sonst, Toni Kroos bräuchte seit fünf Jahren nicht mehr arbeiten. Und es ist auch nicht, dass er bei drei Kindern keine Themen hätte, sondern es ist dann die Liebe zum Sport. Das hilft dann ja auch, wenn man sich noch bewusster wird, dass man das aus Liebe und Freude macht. Das, was stresst, ist eigentlich das Ganze drumherum. Und das kann mich müde machen. Also bei mir war es dann eigentlich, wo ich Richtung Karriereende ging und das muss man sich dann ehrlich eingestehen, saß ich halt im Hotel und habe gedacht, was machst du eigentlich hier? Du spürst eigentlich sukzessive, Schritt für Schritt, dass es dir schwerfällt, hier im Hotel zu sein und noch für die Sache zu brennen, weil du eigentlich jetzt gerne mal endlich mit Freunden sein willst oder mit der Familie sein willst oder mal wieder in Deutschland leben willst, weil ich war ja 13 Jahre im Ausland. Das sind so Dinge, die, glaube ich, dann Spieler auch spüren, aber die heute keine wirtschaftliche Entscheidung mehr sind. So ein geschäftliches, du hast jetzt über deine Veränderungen gesprochen, was so eine lange Karriere mit einem machen kann auf höherem Niveau. Wie würdest du sagen, hat die Champions League den europäischen beziehungsweise den nationalen Fußball verändert? Und wo führt das noch hin? Das ist ja immer ein großes Thema, dass die Super League, die vor anderthalb Jahren scheinbar etabliert worden ist, die dann geplatzt ist, aber ganz weg ist dieser Gedanke ja natürlich nicht. Nee, weg ist der bei einigen Vereinen in Europa sicherlich nicht. Also ich weiß von zwei, dreien, die verfolgen das natürlich. Real Madrid gehört dazu. Real Madrid natürlich auch. Also erstmal ist natürlich, wenn wir vorher über Verdienste gesprochen haben, ich glaube, das gab es schon, wo ich angefangen habe 1986 als Profi, dass man gesagt hat, was verdienen die Profis? Und dann wurde es wieder mehr und wieder mehr. Und man denkt eigentlich immer wieder, fast wie Immobilienpreise in Kitzbühel oder so oder in Frankfurt. Das geht doch jetzt eigentlich nicht mehr. Und dann wird das immer wieder getoppt. Und es hat natürlich das Privatfernsehen, die Internationalität der Rechte und dass die UEFA jetzt mit der Champions League wirklich so einen großen Wettbewerb angefangen hat, hat es natürlich zu einer unglaublichen Explosion geführt. Gleichzeitig ein bisschen mit der Problematik durch das Bosman-Urteil, dass das Geld, das eigentlich im Fußball war, nicht mehr oder weniger im Kreislauf bleibt, sondern ständig nach draußen geht zu Spielern und Beratern. Was ich so ein bisschen, und das ist natürlich die Problematik in Amerika weitaus besser finde, das kriegen wir aber in Europa eben nicht hin, ist natürlich, dass die Differenzen so stark sind. Also es ist so ein bisschen, manchmal sage ich, der Fußball ist auch ein bisschen wie die Gesellschaft und die Schere geht noch weiter auseinander. Und es gibt halt immer wieder die ganz Reichen, das sind jetzt die Bayern Münchens dieser Welt und Real Madrid und Barcelona. Und während das vielleicht vor fünf Jahren oder acht Jahren zu Borussia Dortmund noch 30, 40 Prozent mehr war, ist es jetzt 100 Prozent mehr. Und der Unterschied ist eigentlich von den anderen nicht mehr aufzuholen. Und so sieht man eigentlich so ein bisschen auch eine Teilung der Klasse. Warum ich denke, dass diese Super League nicht so ganz immer aus dem Kopf ist. Also ich frage mich jetzt, wenn ich Oliver Kahn wäre, musst du dir natürlich Gedanken machen, wenn du bei FC Bayern München bist, wo führt denn jetzt, ich bin eine AG, ich bin zwar ein Traditionsverein, aber ich bin auch eine AG, ich habe einen wirtschaftlichen Betrieb, wo führt meine Zukunft hin? Wo sehe ich meine Einnahmenquellen? Und wenn meine Hauptkonkurrenten Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester United und Chelsea sind und die sich international bewegen, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es in diese Richtung geht. Man würde sich wünschen, dass ähnlich wie im amerikanischen Sport das Ganze so ein bisschen ausgleichend ist. Also Salary Cap, bessere Verteidigung innerhalb der Ligen, dass eben auch da innerhalb der nationalen Ligen, die ja jetzt mittlerweile schon so ein bisschen langweilig werden, auch wenn Bayern jetzt mal einen Punkt abgegeben hat. Ja, also das Stichwort ist ja, was jetzt oft fällt, ist Wettbewerbs. Scheint zu regnen, ne? Wettbewerbsgerechtigkeit. Also in jedem Jahr werden in der Champions League mittlerweile an die 32 teilnehmenden Vereine etwas über ungefähr 2 Milliarden Euro ausgeschüttet. Das geht mittlerweile seit vielen Jahren so. Es klafft immer weiter auseinander, so wie national wie international. Du hast die Vereine genannt, das ist ja zum Teil noch mehr. Paris Saint-Germain hat einen Kaderwert von über einer Milliarde. Paris Saint-Germain ist knapp dahinter und dann kommen dann so die 800er-Millionen mit Liverpool, mit Bayern München. Frankfurt ist ein ganzes Stück davon entfernt mit 200 und irgendwas. Also selbst da gibt es überall diese Klassenunterschiede und es ist überhaupt nicht mehr erkennbar wie ein Verein, das auf Dauer, selbst mit einem guten Jahr, dorthin kommen kann. Hast du das Gefühl oder die Sorge, dass durch zu viel Geld dann auch das Interesse irgendwann verloren geht, weil es immer wieder absehbar ist? In Deutschland weiß man relativ ziemlich genau, wer die Meisterschaft gewinnt und in der Champions League sind auch fast immer die gleichen Mannschaften im Halbfinale. Von vier Halbfinalisten kann man relativ zwei oder drei relativ sicher vorhersagen. Oder ist das trotzdem, weil es zur Unterhaltungsbranche gehört, die Leute schalten halt trotzdem ein, der Markt wird größer, der Markt in Asien wächst, der Markt in Indien wächst, der Markt in den USA wächst. Also wir bekommen sozusagen immer mehr Zuschauer, die vielleicht jetzt nicht mehr so emotional so stark gebunden sind hier wie das Kernpublikum in Deutschland beziehungsweise in Europa. Aber auf einer ökonomischen Ebene wird es noch viele Jahre sehr gut funktionieren. Ja, die Sache ist natürlich immer die Frage, aus welchem Standpunkt man das sieht. An sich müsste man, wenn man einen Ordner in der Hand hätte, dann würde man sagen, das Spielzeug muss funktionieren. Wir müssen sehen, dass die Leute Spaß am Fußball haben. Und ob jetzt Bayern München oder Real Madrid oder Eintracht Frankfurt 10 oder 30 Prozent weniger gemeinsam haben, ist ja eigentlich am Ende wurscht. Aber das kriegst du natürlich, in Amerika schaffen sie es halt, durch das Draft-System, weil sie halt irgendwo am Ende doch Geschäftsleute sind und sagen, das muss eine interessante Liga sein, es muss Spannung da sein, die Leute müssen einschalten. Und die Gefahr besteht natürlich schon. Und ich glaube einfach, dass deswegen aufgrund dieser Gefahr sich dieser Gedanke Super League immer im Hintergrund ist. Und man sagt, okay, da haben wir dann wieder so eine Extra-Liga, wo dann der Wettbewerbscharakter einfach viel stärker wieder vorhanden ist. Wo der Wettbewerbscharakter wieder viel stärker ist. Und man findet vielleicht irgendwelche anderen Wege, dass man sagt, okay, am Ende kann dann auch der deutsche Meister ohne die zwei, drei deutschen Mannschaften auch nochmal an irgendwas teilnehmen. Das ist ein Problem. Man weiß halt nicht, wie man darauf zugreifen kann. Letztens habe ich auch etwas Interessantes gelesen, dass eigentlich, wir hatten es ja auch in der Finanzkrise oder in anderen Bereichen, lässt man den Markt frei laufen oder versucht man irgendwie einzugreifen. Und eigentlich kann man das aus dem, man darf es betriebswirtschaftlich nicht erwarten, dass das ein eigenes Unternehmen macht, weil es im Wettbewerb steht. Auch die Aktiengesellschaft steht im Wettbewerb, Quartalsberichte vorzulegen. Also muss es aus volkswirtschaftlicher Betrachtung eine Regel in der Hand geben, die sagt, nee, wir machen jetzt einfach eine gewisse Regel. In dem Fall eine Liga beziehungsweise einen Verband. Genau. Und bei der Liga ist das Problem, du kannst halt nicht nur für Deutschland denken, dann wirst du ganz abgehängt. Dann wandern alle ab nach England und Spanien. Das müsste halt auf europäischer Ebene passieren. Und da ist auch so ein bisschen wie eine Europapolitik, alle so zusammenzubringen, ist eben auch nicht so einfach. Ja. Du hast eben den fehlenden Wettbewerb oder sozusagen so eine Verwässerung von Wettbewerb angesprochen. Da kann man vielleicht auch den Blick auf die Weltmeisterschaft lenken, die ja jetzt zum letzten Mal dann mit einem vergleichsweise kleinen Feld von Teilnehmern startet. Das wird in vier Jahren bei 48 sein. Jetzt sind wir bei 32. Und selbst 32 ist nicht mehr das, was es von der Qualität aus meiner Sicht war, was es mit 24 Mannschaften hergegeben hat. Auch mein Gefühl ist, auch die Champions League in der Vorrunde und die Weltmeisterschaft in den Vorrunden, das ist nicht mehr sozusagen dieser Hochleistungssport auf allerhöchstem Niveau. Ich sage seit langer Zeit, die teuerste Liga der Welt ist die NFL. 17 Meisterschaftsspiele. 17. Wir haben halt das Problem, und das ist irgendwie so, es gibt halt nicht diese Welt oder eine Europaordnung in der Hand. Und wir haben halt, wie in der Spieltheorie, immer unterschiedliche Player. Und jeder denkt, wenn der eine eine Lücke lässt, dann stoße ich da rein. Also ich weiß doch, wenn ich morgen auf zwei Länderspiele verzichte, dass es nicht dazu führt, dass die Spieler eine Pause haben oder dass mal Fußball nicht gezeigt wird, sondern die Vereine sagen dann, okay, dann reisen wir nach Asien oder nach Amerika oder machen dies oder jenes. Und das ist schon eine Problematik. Ich glaube, eine Verknappung würde eigentlich gut tun. Bin ich ein absoluter Verfechter. In allen Bereichen, was ich vorher gesagt habe, ich glaube, alle Player oder alle Leute, die da im Fußballbusiness sind, können auch auf 20 Prozent am Ende verzichten, an Einnahmen, wenn dadurch am Ende auf lange Sicht wieder der Wettbewerb interessanter wird und wir eine gewisse Attraktivität herbeiholen. Was mich jetzt so ein bisschen überrascht hatte, ich hatte eigentlich so ein bisschen die Sorge, jetzt auch nach der Pandemie, auch aufgrund der, ja, ich sage mal mal, Langeweile bei der Meisterschaft und es wird ja auch immer geungt, die Menschen verabschieden sich vom Fußball und auf einmal siehst du natürlich volle Stadien, begeisternde Fans am Ende der Saison, die auf dem Platz rennen. Wir sehen, was in Frankfurt los ist. Die Einschaltquoten gehen wieder hoch. Also es ist schon dann immer wieder überraschend, wie viele Emotionen dann doch der Fußball, sagen wir mal, auslösen kann. Aber da auch überraschend musst du. Viele haben gesagt, also erwartet, dass da jetzt erstmal ein Knick kommt und die Leute, das Gegenteil scheint der Fall zu sein, sogar eher ein Bedürfnis, auch nach Gemeinschaft und nach gemeinschaftlich gelebten Emotionen. Das ist vielleicht auch in diesen Zeiten auch, vielleicht auch kein Zufall, hat vielleicht auch schon andere Gründe noch. Aber du hast eben gesagt, ja, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob man 15 oder 20 Prozent mehr hat. Wenn man sich aber jetzt auf die Weltmeisterschaft nach Katar schaut, beziehungsweise auf die Verbände schaut, auf die Geldgeber schaut, also UEFA hat sich jetzt von Gazprom getrennt, da hat man nie hingeschaut, woher das Geld kommt. Bei Katar, der ehemalige DFB-Präsident hat Katar mal als Krebsgeschwür des Fußballs und des Weltsports bezeichnet. Der Fußball nimmt das Geld, woher er es kriegen kann. Das kann man, glaube ich, anhand, kann man festhalten. Und jetzt ist die Weltmeisterschaft in Katar, das ist ja etwas, was seit der Wahl 2010 auch sehr stark zum Ansehensverlust des Fußballs beigetragen hat, zur Glaubwürdigkeit und eben auch einen Mangel an gesellschaftlichem Verantwortungsbewusstsein immer wieder provoziert hat. Wie hast du das überhaupt wahrgenommen, die letzten zehn Jahre, die Diskussion über Katar, über das Geld, das aus Katar kommt? Da können wir ja noch mal ins Detail gehen, was ja auch in wirtschaftlichen Fragen für andere Unternehmen, ja wird das ja noch mal auf einer anderen Ebene behandelt oder auch anders betrachtet, sicher vielleicht etwas weniger scharf, wie das im Fußball der Fall ist. Aber trotzdem auch die Trennung von Gazprom, auch da wusste man, welche Interessen dahinter stecken, eben ein Unternehmen beziehungsweise ein Staat, auch was die Weltmeisterschaften in Russland angeht, was Olympia in Sochi angeht, mit Sport, das Regime besser dastehen zu lassen, als es ist, um damit Politik zu machen, Geopolitik zu machen. Wie hast du das betrachtet, diese Entwicklung der letzten zehn Jahre, die für die letzten zehn Jahre, wie ich finde, für den internationalen Fußball doch prägend war? Gut, es gab auch eine WM in Argentinien. Ja, also ich glaube, es ist nicht ein Problem der letzten zehn Jahre. Es ist natürlich erst mal ein Problem der Sportpolitik. Ja. Das auf jeden Fall. Das ist natürlich, wenn wir vorher von einer Aufblähung oder von neuen Dingen sprechen, ist es natürlich immer so, jeder neuer Präsident, jeder bei einer Wiederwahl muss so irgendetwas anbieten, irgendetwas Neues geben. Du musst auf Stimmen fangen gehen und natürlich, jetzt sind wir wieder bei der Erweiterung, ob der Weltmeisterschaft oder eben auch bei der Euro-Qualifikation hast du Länder da, die sagen, wir wählen dich auch oder wir machen was, aber du musst natürlich für uns eintreten oder uns auch Möglichkeiten geben, mehr an dem Wettbewerb teilzunehmen. Das ist das eine. Katar ist, glaube ich, vielfältig. Ich glaube, wir vermischen auch vieles so in der Wahrnehmung. Das eine ist natürlich erst mal, wie konnte es dahin vergeben? Also in welcher Art ist es vergeben worden? Und das andere ist natürlich Katar, das Land selber. Da hat sich vielleicht die Sicht jetzt auch schon wieder so ein bisschen verändert, wenn man gesehen hat, wenn man sich auch ein bisschen tiefer damit befasst. Und das habe ich auch in der letzten Zeit, ich war so in Katar, ich habe mit einem deutschen Botschafter gesprochen, ich habe mit der Labour-Vereinigung gesprochen, ich habe aber auch natürlich mit anderen Menschen gesprochen, auch Betroffenen. Ohne Zweifel, es ist nicht der Standard, den wir haben, aber in der Region scheint Katar doch jemand, und das ist wohl unzweifelhaft sein, der Deutschland in vielen Punkten geholfen hat, der in der Region ein bisschen Treiber ist bei gewissen Punkten, wie der Abschaffung des Kafala-Systems. Dass das nicht hundertprozentig umgesetzt wird, ist dann vielleicht auch schade, aber bei uns werden auch Tausende von Punkten nicht hundertprozentig umgesetzt und wir schaffen auch nicht in der Pandemie alle Gesundheitshemder so laufen zu lassen, wie man es eigentlich haben will. Also da, finde ich, sollten wir an der einen oder anderen Stelle nicht so kritisch sein, sondern eher sehen, welche Entwicklung da passiert. Und das andere ist natürlich generell, wo vergibt man sportliche große Ereignisse auf der Welt. Da muss man das erste Mal sagen, eine FIFA ist eine Weltorganisation, also da stimmen nicht nur Deutsche und Holländer und Engländer ab, da sind auch Afrikaner. 24 Personen, sehr übersichtlich. Genau, die kommen aber aus allen Kontinenten, die auch mit gewissen Dingen dann auch wieder unterschiedliche Vorstellungen haben, die vielleicht auch gar nicht die Sicht von Europa haben. Also häufig, wir sagen jetzt, mein Gott, also wieso müssen wir jetzt immer, wieso müssen wir dorthin fliegen und da machen und wir fragen uns eigentlich nie, ob der Australier nicht auch mal sauer ist, dass er immer nach Europa fliegen muss. Also es ist vielfältig, es ist schwer und es ist halt schade und das ist ganz wichtig, bei allem, also ich stehe dazu, dass der Fußball natürlich mittlerweile auch ein bisschen Unterhaltung ist und Kommerz und das natürlich, dass es ein Wirtschaftsbetrieb ist und an diesem Wirtschaftsbetrieb auch viele, viele Arbeitskräfte hängen und viele Investitionen, die in Deutschland getätigt werden, aber dass man immer wieder es schafft, zu zeigen, dass der Sport im Vordergrund steht und der Kommerz dann eigentlich nur folgt und nicht der Kommerz als Erster und dann der Sport folgt. Zwei Dinge, der Fußball, wie gesagt, bekommt viel Geld aus Katar für Fußballverhältnisse. Alleine für, in europäischen Fußball ist ungefähr in den letzten Jahren ungefähr zwei Milliarden in die Clubs geflossen, noch erheblich mehr, also diese WM hat auch einige Milliarden gekostet und was das im Vorfeld auch bedeutet hat, es ist ja hinreichend diskutiert worden. Wenn man aber sieht, der katarische Staatsfonds investiert insgesamt in die westliche Wirtschaft ungefähr 350 Milliarden, davon ein Drittel ungefähr USA, Großbritannien und Frankreich. Katar ist beteiligt, finanziert FC Bayern mit 20 Millionen als über Katar Airways, ist an der Deutschen Bank beteiligt, Sponsor von Eintracht Frankfurt, auch in anderen Vereinen. Der Blick auf der einen Seite, wenn der Fußball jetzt dorthin geht, ist sehr kritisch, der Fußball muss sich für viele Dinge rechtfertigen, aus meiner Sicht durchaus berechtigt, aber eben auch mit einem Blick, dass anderes ausgeblendet wird, also wie die Wirtschaftsbeziehungen betrachtet werden, wenn der Bundeswirtschaftsminister dort war, um einen Gas-Deal zu machen, das wird beifällig betrachtet, aber auf der anderen Seite, was den Fußball betrifft, der neue DFB-Präsident Neuendorf hat sich jetzt letztens auch mit den Vertretern von LBGTQ Plus Vereinigungen getroffen und da die Vertreter von Homosexuellen und auch von Frauen, die raten den Fans ab, dort hinzufahren, bis heute noch. Also das ist ein Spannungsfeld, das sehr weit ist. Wie verhältst du dich, wie verhält sich der DFB in so einem Spannungsfeld, wo es natürlich immer leicht ist, sozusagen, an der einen Seite in die Kritik zu geraten, auf der anderen Seite in die Kritik zu geraten, wo ist die Haltung, mit der man das Gefühl hat, beim DFB gibt es die, mit der man sozusagen auch offensiv oder selbstbewusst in dieses Turnier gehen kann. Auch die Fragen nach Boykotten hat es ja seit zehn Jahren gegeben, keiner hat ja am Ende boykottiert. Das ist ja keine einfache Frage. Also ich habe es eigentlich im Leben immer so gehalten, ich muss erst mal eine innerliche Haltung haben und die habe ich und die stimmt auch mit dem im DFB überein und dann muss man, und das muss ich natürlich auch in meiner Rolle als öffentliche Person, da muss man auch eine gewisse Punkte einfach aushalten. Auch eine Kritik, das wird es immer geben, du kommst aus den Medien, mache ich A, kritisiert er B, mache ich B, kritisiert er A. Also das ist ja irgendwie, wir können eigentlich in dieser Geschichte gerade nicht gewinnen, das weiß ich schon heute. Egal, was ich da mache, es wird Kritik geben, es wird Stimmen geben und ich habe das Gleiche mit Brasilien mitgemacht, ich habe das Gleiche mit Südafrika mitgemacht und da bin ich ein Jahr im Vorfeld von euch allen Medienvertretern täglich angesprochen worden, am Tag nach der WM hat mich keiner mehr gefragt. So ist das. Und das muss man dann einfach in dem Moment aushalten. Ich finde, für uns ist wichtig, dass wir uns mit dem Thema sehr gut auseinandergesetzt haben, auch mit der Mannschaft, wir haben auch ein Symposium gemacht, wir haben mit Betroffenen gesprochen, wir haben mit den Menschenrechtsorganisationen gesprochen. Wir werden natürlich die Punkte sagen, aber wir haben auch, und das ist von allen bestätigt worden, auch von den Menschenrechtsorganisationen, Boykott macht keinen Sinn. Es gibt übrigens auch keine Bundesregierung, die sagt, bitte geht nicht nach Katar. Der DFB sagt auch, geht nach Katar, denn der DFB schreibt ja die Mannschaft ein. Und was wir sagen, ist einfach, wir nutzen diese Zeit, um darauf aufmerksam zu machen, wir weisen darauf hin, was nicht geht, aber wir wollen auch einen Prozess, der da vielleicht gestartet ist und der auch noch was Zeit braucht, versuchen, aufrecht zu erhalten und diese WM in dem Sinne zu nutzen, dass eben dieses Thema auch immer wieder akut und wach bleibt und weiter gefördert wird. Und so habe ich es in meinem Leben auch gesagt, ich kann natürlich euren Kopf in den Sand stecken, ich kann alles immer negativ sehen, ich kann alles sagen, ist schlecht. Ich finde, aus der Situation muss man was Gutes machen und ich glaube, da kann man auch das ein oder andere Gute entsprechend daraus ziehen. Da würde ich sagen, ist das denn wirklich glaubwürdig? Also wenn man sieht, vor den Olympischen Spielen in Peking ist das auch gesagt worden, die Welt schaut auf Peking und wir müssen das nutzen und versuchen, einen Prozess in Gang zu setzen. In Russland hat man das auch gesagt. Wäre es nicht eine ehrlichere Haltung zu sagen, wir glauben da nicht dran. Nein, wir müssen unsere Haltung klar machen, aber sind uns sozusagen der Begrenztheit dessen, was wir damit erreichen können, durchaus bewusst und dieses Hoffnungssignal zu setzen, hat ja immer auch diesen Charakter. Im Grunde ist es richtig, dass wir da hinfahren und es ist richtig, dass diese WM dort stattfindet, weil wir nutzen das als Chance. Meine Frage, wieso boykottierst du denn nicht? Bitte? Wieso fährst du denn hin? Weil wir als Medien nicht über, wo die Dinge nicht gut laufen, ob das nun Kriegsgebiete sind, ob das Natur de France ist und einfach, wo Doping ist, wir fahren dorthin, um zu berichten, was ist. Also macht hier nur negative Berichte und was Schlechtes. Ich meine, es gibt ja Katar eine Plattform. Also ich frage mich, ARD, ZDF kritisiert mich. Die zahlen übrigens die FIFA, damit diese Rechte bezahlt werden. Ja, das kann man ja auch alles kritisieren. Wir zahlen... Also das finde ich sehr einfach, von Seiten der Medien sich dort hinzustellen und zu sagen, ist das alles gerechtfertigt und hat das eine Wirkung. Also ich finde, eine einzelne Gruppe, die Wirtschaft darf hinfahren, die Politik darf hinfahren, die Medienvertreter dürfen hinfahren, ihr dürft da auch in der VIP-Lounge, bei der FIFA oder Medien-Lounge dürft ihr euren Kaffee oder Kuchen essen. Das werden wir mal sehen. Aber die Mannschaft soll bitte auf Knie gehen und nicht wissen, was sie machen soll. Also das finde ich irgendwie... Also das Argument war gerade eben anderes. Das Argument war zu sagen, wir wissen und zu sagen, wir haben unsere Haltung, wir wissen aber auch um die Begrenztheit unseres Einflusses. Das heißt ja nicht, dass man nicht hinfahren soll, aber dass man sich vielleicht auch in dieser Hinsicht ehrlich macht. Das ist ein Unterschied, als zu sagen, wir fahren da gar nicht hin. Ja, ich habe ja von Begrenztheit nie gesprochen. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir da die Welt verändern. Das auf keinen Fall. Aber wir haben gesagt, boykottiert wir es nicht, wir fahren dort hin. Und die WM wird hoffentlich den Prozess weiterführen. Ob das passiert, wissen wir nicht. Aber das liegt dann auch nicht mehr in unserer Hand. Ja. Was hast du für eine Erwartung, wie groß dieses Thema in der deutschen Öffentlichkeit wird, ob das die WM ständig prägt, oder ob das der Fußball, wenn er dann mal rollt, dann der Sport die Oberhand gewinnt, oder ob das immer ein Thema ist, das euch sozusagen auch den Fußball, die Nationalmannschaft vom ersten bis zum letzten Tag begleitet. Und dass das ein Dauerthema sein wird, oder ob der Sport irgendwann dieses Thema ablöst. Schwer zu sagen. Natürlich werden die Bilder im Stadion wichtig sein. Also dass es volle Stadien sind, dass da Freude entsteht. Am Ende hängt es, glaube ich, sehr stark auch vom Erfolg der Mannschaft ab. Also wenn wir da wie in Russland in der Vorrunde ausscheiden, dreht jeder weg und sagt, das war sowieso Shit-WM und das wollte eh keiner sehen und verabschiedet sich. Vielleicht, und das glaube ich, schon, dass einige eher ein bisschen passiver, negativer eingestellt sind. Und die Vorfreude natürlich nicht die ist, wie es ist die WM in Brasilien, wo übrigens unglaublich viel Korruption gewesen ist, wo Stadien jetzt verfallen und was auch immer. Aber da haben wir uns alle darauf gefreut. Das wird vielleicht wenig sein, aber unser Ziel wird natürlich sein, Deutschland gut zu vertreten. Wir reisen da als deutsche Nationalmannschaft hin, ein gutes Bild abzugeben, erfolgreich zu spielen. Und ich könnte mir vorstellen, dass natürlich dann, wenn die Spiele erfolgreich sind, auch wieder eine Begeisterung geweckt wird. In den letzten Jahren, auch gerade bei der letzten Europameisterschaft und auch davor, haben die Sportler, die Fußballer, immer stärker politische Zeichen mit oder gesellschaftspolitische Zeichen mit ins Stadion getragen. Es gab die Regenbogenbinden des Kapitäns, es gab auch die Forderung, gab es eine größere Auseinandersetzung, ob dieses Stadion in München im Spiel gegen die Ungarn aus Protest gegen die Gesetzgebung der ungarischen Regierung in den Regenbogenfarben angestrahlt wird. Es gab und gibt in Spielen des Niederknien einen Hinweis auf Black Lives Matters Bewegung. Was ist in dieser Hinsicht von der nationalen, also auf der einen Seite machen das die Spieler ja aktiv bei Dingen, wo sie auch in den Medien, in der Öffentlichkeit auch Applaus dafür bekommen haben und einen großen Teil Unterstützung bekommen haben. Ist da was zu erwarten, was in Katar der Fall sein wird, wo das ja ein deutlich schwierigeres Umfeld ist, wo man mit diesem Applaus nicht rechnen kann, von allen Beteiligten. Das ist ja ein ganz anderes Spannungsfeld. Was ist da zu erwarten und wie verhält sich dann der DFB, wie verhältst du dich als Direktor zu diesen Themen, wenn die Spieler oder wenn ihr mit den Spielern spricht beziehungsweise wenn die Spieler auf euch zukommen? Also im ersten Schritt geht es ja nicht darum, Applaus zu bekommen, sondern eine Haltung zu zeigen oder eine Einstellung. Und das ist eigentlich schon wieder schwer, wir werden natürlich in Katar was machen, wir werden das auch mit anderen Nationen abstimmen, weil ich selber kein Freund bin von einem Wettrennen oder inflationären Geben von Symboliken. Es ist echt schwer, ich bin, du sagst am Tag vor dem Spiel, übrigens, wir gehen auf die Knie, dann kommen die Norweger, die machen was aufs T-Shirt, ja machen wir noch was aufs T-Shirt und das finde ich dann ja weniger glaubwürdig, wenn ich dann eigentlich nur im Trennen folge und meine Haltung zum fünften Mal auf irgendeine Weise zeige. Also für mich Richtung Katar wird es wichtig sein, dass wir unsere Einstellung, unsere Haltung klar kommunizieren, die deutlich machen. Man muss auch so ehrlich sein, wir werden 26 Spieler im Kader haben, das sind junge Menschen, da ist der eine politisch geprägter, der andere weniger, der eine ist eloquenter, der andere weniger und das muss man einem jedem auch zugestehen, dass ein Spieler sagt, naja, ich habe da jetzt nicht so die ganz feste, klare, ich habe eine Meinung, aber ich möchte nie ausdrücken und ich möchte mich auch gar nicht damit befassen, ich möchte eigentlich Fußball spielen. Das muss man auch jedem Spieler dann selber überlassen, aber wir werden natürlich als Mannschaft dort auch ein Zeichen setzen. Aber ich würde mir wünschen und dafür ist dann ja auch wieder die Politik da und wir haben ja auch, unser Präsident wird ja vor Ort sein, mein Wunschszenario, was natürlich nicht so sein wird, dass man sagt, Leute, die Mannschaft ist jetzt zum Fußballspielen da, jetzt lasst sie auch mal Fußball spielen. Und wir reden über Fußball, wir reden über die Ergebnisse, über die Leistung, wir haben im Vorfeld der WM genug über diese Themen gesprochen, wir werden nach der WM auch nochmal darüber sprechen, aber jetzt lasst sie auch einfach mal spielen. Die Frauen hat man im Sommer spielen lassen bei der Weltmeisterschaft und wenn die gespielt haben, haben ganz viele zugeschaut. Am Ende waren es, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Finale 18 Millionen Zuschauer. Das ist nicht ganz die Quote, die die Männer erreicht haben, aber wenn man 20 Jahre zurückschaut, bei manchen Weltmeisterschaften waren es in der Vorrunde bei den Männern deutlich weniger, die zugeschaut haben und darum ist eben auch die Diskussion entstanden, angestoßen vom Bundeskanzler, der sagte, wir haben das Jahr 2022 Equal Pay, gerade bei Nationalmannschaften und würde ich sagen, gesellschaftspolitisch ein Vorstoß, der auf der Hand liegt. Du hast gekontert mit dem Satz herzlich gerne eingeladen bei uns, ich würde dazu gerne aber auch noch ein paar Zahlen liefern. Kann man das einfach mit Zahlen wegmoderieren, dieses Thema? Also wegmoderieren wollte ich und ich war froh, dass wir darüber sprechen. Das Thema muss natürlich an den Tag kommen, aber es passiert natürlich vielleicht auch, dass selbst ein Schauspieler auf dieser Bühne hier weitaus weniger bekommt als eine Schauspielerin oder eine Opernsängerin, die in der Skala singt. Es ist einfach eine unterschiedliche Bühne und was ich mit Zahlen einfach meinte, und mich hatte das so aus zwei Aspekten die Aussage oder der Tweet hatte mich ein bisschen geärgert, weil dann auch drangehängt war, Spanien ist uns da voraus. Wir haben eine Rekordprämie von allen Nationen, die da sind, haben wir mit den Engländern die höchste Prämie ausgelobt. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben, die Spanier haben es natürlich vielleicht cleverer gemacht und haben gesagt, wir zahlen die gleiche Prozentuale wie die Männer, haben aber am Ende ein Drittel nur der Prämie hätten die bekommen von unseren Frauen. Woran liegt das? Wenn ich in Katar Weltmeister werde mit der Herren Nationalmannschaft, bekomme ich von der FIFA 42 Millionen Dollar. Von der muss ich den ganzen WM-Haushalt bestätigen. Die Italiener haben bei der EM 21 36 Millionen von der UEFA bekommen. Wenn unsere Frauen gewonnen hätten, hätte ich 2,1 Millionen von der UEFA bekommen. Also die einzige Mannschaft, die diesem Verband Geld verdient, ist die A-Nationalmannschaft der Männer. Auch diese EM der Frauen mit allem Erfolg, der da ist, ist ein Minusgeschäft. Und um die Zahlen nochmal weiterzugehen und zu sagen, wenn ich den Frauen ihre versprochenen 60.000 Euro bezahlt hätte, dann hätte ich denen 75 Prozent meiner Einnahmen an Prämien ausgezahlt. Wenn ich den Männern die Rekordprämie von 400.000 auszahle, zahle ich denen 25 Prozent meiner Einnahmen. Und das zeigt einfach, dass natürlich von diesem Equal Pay das eine schwierige Diskussion ist, weil es halt ganz unterschiedliche Märkte sind. Für mich war wichtig, und das habe ich in meiner Direktion angetrieben, gleiche Voraussetzungen. Die haben sich im Homeground wie bei Adidas genau wie die Männer vorbereitet. Sie waren die erste Mannschaft im Campus. Martina Vostektenburg hat die gleiche Anzahl von Trainern, von Betreuern, die gleiche Reisemöglichkeiten. Sie hatten Charter. Diese Bedingungen sind gleich. Aber ich kann ja nicht hingehen von zwei verschiedenen Märkten, gilt auch für die Frauen-Bundessieger genauso wie für die Herren-Bundessieger, und kann dann sagen, weil es Frauen und Männer sind, müssen die gleich viel Geld verdienen. Also die Diskussion geht für mich. Ich finde, die Diskussion müsste man bei der UEFA natürlich machen und sagen, wieso zahlt ihr bei den Männern so viel und bei den Frauen so wenig. Aber auch das ist es so, die Fernsehgelder, die der ARD und ZDF für die Frauen im EM bezahlt haben, sind lächerlich gegenüber dem, was natürlich dann bei den Männern bezahlt wird. Es gibt noch ein anderes Argument, was vom ökonomischen Status quo weggeht, und zwar aus Formen der Gerechtigkeit. Also bis 1972 war Fußballspielen vom DFB den Frauen verboten. Mit anderen Worten, der DFB, der ja den Frauenfußball führt, hat den Frauen viel schlechtere Startmöglichkeiten gegeben, hat auch in den Jahren danach den Frauenfußball natürlich kaum gefördert oder viel zu wenig gefördert im Vergleich, was an Energie und an Geld in den Männerfußball geflossen ist. Es ist stiefmütterlich behandelt worden und da gibt es dieses Argument zu sagen, da muss man auch was nachholen. Da hat man auch als Verband eine Pflicht, weil die Startvoraussetzungen auch durch den DFB für die Frauen verschlechtert worden sind, wenn Frauen von, sie hätten sich anders entwickeln können. Und dass es da ein berechtigtes Interesse daran gibt, das nachzuholen und dass das eben auch finanziell unterlegt ist. Ich habe ja gerade auch gesagt, ich mache ja mit meinem Frauenfußball ein Minusgeschäft, ich investiere da. Und natürlich müssen wir weiter investieren. Das tun wir, wenn man sich den Betreuerstab von Martina Voss von heute anschaut gegenüber dem von Silvia Neid vor sechs Jahren, da ist einiges passiert. Das sind viele Kosten, das sind Investitionen, die genauso gut in mehreren Bereichen gehen. Und man kann natürlich auch darüber diskutieren, dass man das noch mehr versucht anzugleichen und zu subventionieren. Und natürlich kann man auch hingehen und überlegen, beim DFB macht man einfach als Nationalspieler, gibt es eine Prämie, egal wie, ob Mann oder Frau, weil ein Titel, das ist eine Argumentation, die ich sage. Aber es sind so eklatante Unterschiede in den Einnahmequellen. Das ist auch gar keine Forderung von unseren Frauen. Die sehen das vollkommen nüchtern. Die wollen natürlich, dass ihr Sport nach vorne kommt, dass sie gute Infrastrukturen haben, natürlich, dass sie Sicherheit haben, aber dass sie das gleiche verdienen wie ein Mann der Herren Bundesliga, den Anspruch haben die gar nicht. Es gab letztens auch eine interessante Umfrage unter Fußballfans, repräsentativ, und ging es auch um die Frage Equal Pay oder Equal Play. Also Equal Play ist gemeint, das was du eben beschrieben hast, die Grundvoraussetzungen für Frauen gleich zu gestalten, was Nationalmannschaft angeht, was Vereine angeht, sie zu verbessern und anzuheben, da ist ja noch Luft nach oben. Und da sagten die Fans im Schnitt, also Equal Play ist ganz wichtig, ist eine zentrale Forderung, dass das auf eigenen Füßen steht und sich dann auch ökonomisch besser selbst tragen kann. Aber was die Nationalmannschaften angeht, da war der Wunsch nach gleichen Prämien deutlich höher als im Vergleich zur Bundesliga, dass man gesagt hat, okay, Bundesliga, das sehen wir alle, da sind die Unterschiede so eklatant, dass das kann man nicht auf eine Stufe stellen, aber bei einem großen Turnier, wenn da viele Menschen zuschauen und das eine große Nachfrage erkennbar ist, dass es da einen Markt für gibt, da waren die Forderungen oder die Vorstellungen oder das Unterstützen, dass dort mehr auch an Prämie bezahlt wird, das war relativ offensichtlich, dass das stark war. Wie nimmt der DFB sozusagen diese gesellschaftlichen Impulse, nenne ich es mal, in seine Überlegungen mit auf, was Prämie Nationalmannschaft angeht? Ja, das wird natürlich diskutiert, ich habe das auch intern in verschiedenen Punkten so angesprochen, aber ich habe auch gemerkt, also wenn ich jetzt immer nach öffentlichen Meinungen oder nach Kommentaren von Medien gehe, dann schranke ich immer jedes Mal hin und her, da bin ich alle sechs Monate woanders und einmal bin ich für den Atomausstieg und zwei Jahre später bin ich nicht mehr dafür, weil die Situation eine andere ist. Also ich finde, da muss man schon so seine Strategie haben und seinen Weg, ist auch unzweifelhaft, dass wir den Frauenfußball nach vorne treiben müssen und dass wir auch diese Wertschätzung und all diese Dinge machen müssen. Die Frage ist natürlich, in welcher Höhe, in welchem Maß ist das möglich und das diskutieren wir natürlich, aber ich kann nur sagen, von Seiten unserer Nationalspielerinnen, die waren sehr, sehr zufrieden, sehr glücklich und du darfst mich gerne begleiten bei den zukünftigen Gesprächen, wir haben jetzt nochmal gesprochen, eine Doku zu erweitern. Wir kriegen kein Geld, weder von ARD, von ZDF, weder von Sponsoren. Es ist natürlich jetzt ein wichtiger Punkt, diese Euphorie weiter nach vorne zu treiben, weiter mitzunehmen, aber wir müssen es dann auch zeigen. Welche Perspektive siehst du denn? Ja, ich glaube, die Perspektive, ein Riesen, sagen wir mal, ein Riesenaspekt, den ich jetzt gesehen habe und das hat mich unglaublich gefreut, dass viele Menschen mich angesprochen haben und natürlich gesagt haben, ist ein Mensch, das ist ein toller, sympathischer Auftritt und der Zweite aber, das kann man ja richtig anschauen, das finde ich noch fast viel wichtiger, weil die Mädchen haben natürlich durch ihre Energie, die Frauen haben einfach was Unglaubliches, Tolles ausgestrahlt und die haben aber auch gezeigt, dass der Frauenfußball attraktiv ist und attraktiv sein kann und da müssen wir als gesamter deutscher Fußball, auch die Bundesliga-Vereine, müssen mitwirken, dass der qualitativ nach vorne getrieben wird, denn wenn er qualitativ noch besser wird, eine größere Breite hat, auch in der Liga, dann wird es natürlich weiter interessant, aber ich weiß einfach, bei jedem Gespräch mit dem Fernsehsender streite ich und sage, bitte lasst mich einmal um 18 Uhr spielen und jeder Fernsehsender von öffentlich-rechtlich über privaten von den Männern. Von den Männern. Sagt mir, nein, um 21 Uhr. Höchste Einschaltquote, was auch immer was ist. Es muss 21 Uhr sein. Ich sage, Leute, wir reden immer ihr auch von, nein, 21 Uhr. Ich kriege keinen 21 Uhr Termin für Frauen. Jetzt kriege ich ihn das erste Mal direkt nach der EM für Frankreich, aber beim übernächsten Spiel habe ich es schon nicht mehr. Wann muss ich spielen? Um 14.30 Uhr. Also auch da wieder wird viel natürlich auf uns gezeigt und wir machen, aber wenn wir von gesellschaftlicher Aufgabe sprechen, dann geht es so weiter und ich weiß nicht, ob euer Bericht in der FAZ über die Frauenbundesliga letzte Woche so groß war wie über Bayern München oder Eintracht Frankfurt. Die fängt ja erst nächste Woche an, aber der wird nicht so groß sein. Das wird sicher auch so sein. Aber die Veränderungen, ich glaube, die sind auch medial. Diese Europameisterschaft hat, glaube ich, sagen die, das Potenzial, was zu verändern. und wenn man auch Unternehmen hört und auch in Verbände reinhört, da wird ja gesagt, dass der Frauenfußball auch ein Wachstumsmarkt ist, dass da ein großes Potenzial ist. Da werden Summen von 600 Millionen genannt, die bis zum Jahr 2030 dort umgesetzt werden können, wenn man die, wenn man die FIFA oder die UEFA-Umfrage, was dort möglich ist. Wie siehst du das Wachstumspotenzial des Frauenfußballs, was natürlich dann auch sondern Öffentlichkeit dann auch, das sind ja Dinge, die sich dann gegenseitig beflügeln beziehungsweise bedingen. Auf jeden Fall. Was ich nochmal klarstellen will, ich will ja den Frauenfußball unterstützen. Was ich im Übrigen auch, auch meine U21 der Männer kostet mich Geld. Und deswegen finde ich die Diskussion, und du bist ja auch jemand, der mich da immer für gerne kritisiert, dass die deutsche Nationalmannschaft kommerziell denkt. Wenn es eine Mannschaft in Deutschland geben darf, die kommerziell denkt, dann ist es die deutsche Nationalmannschaft. Bei Bayern München oder Borussia Dortmund, die denken kommerziell und da gehen 50 Prozent der Gelder in Spielergehälter und dann nochmal 5 Prozent oder 10 Prozent in Managergehälter. Bei uns gehen 80 Prozent genau in diese Basisarbeit unserer Einnahmen. Ich brauche für die Nationalmannschaft, für den gesamten Betrieb, brauche ich von den Geldern, die ich einnehme, nur 20 Prozent. Die restlichen 80 Prozent müssen wir dafür aufbrauchen, Basisarbeit für unsere Landesverbände, das Geld dorthin zu geben für den Nachwuchs und für unsere Mannschaften und natürlich auch für den Frauenfußball. Und da, jetzt kann ich ja nur für meinen Bereich sprechen, ich bin ja nicht für alles im DFB verantwortlich, im sportlichen Bereich, was die Akademie angeht, was unsere Nationalmannschaften angeht, haben wir in den letzten Jahren schon sehr viel gemacht. Das darf da nicht aufhören. Und wenn das passiert, wird es besser werden. Wo ich meine Fragezeichen noch habe, ist, und das ist für die Nationalmannschaft, hoffe ich, dass wir immer wieder ähnlich wie bei der A-Nationalmannschaft das als Highlight im Jahr immer hinbekommen. Die Frage ist halt noch, und das ist ja auch ein bisschen falsch dargestellt, wir sagen, was die Engländer alles machen. Was ist der Zuschauerschnitt in der Bundesliga der Frauen in England? Was ist der Zuschauerschnitt? Der Zuschauerschnitt in der Bundesliga ist ungefähr 800. Und in England? Ich glaube, das ist unter 2000, soweit ich weiß. Also es scheint dann immer so, in diesen anderen Ländern. Was aber natürlich kommt, und da kommen sie natürlich weiter, dass Vereine wie Chelsea oder Arsenal einfach ihren Frauen gute Verträge geben, gute Trainingsbedingungen und versuchen eben auch, das Umfeld zu verbessern. Und wenn wir das schaffen, und das ist jetzt so ein bisschen die Sorge, wir hatten jetzt das Highlight der EM, wie schaffen wir es jetzt, dass unsere Frauen weiter in den Köpfen der Menschen bleiben? Weil es geht, klar, Tagesgeschäft wieder, normale Dinge, die Herren Bundesliga beginnt, Champions League oder so, dann wird die Frauen Bundesliga nicht gezeigt und auf einmal nach einem halben Jahr hat man es dann doch irgendwie vergessen. Und das wird eine wichtige Aufgabe sein, das immer wieder aufrechtzuerhalten. Ich wollte noch einen Satz, zu der Kritik, als wirtschaftsliberale Zeitung kritisieren wir oder auch nicht die Kommerzialisierung, dass der DFB kommerziell ist und die Nationalmannschaft kommerziell erfolgreich ist, sondern die Art und Weise der Präsentation. Das war die Kritik nicht, dass das ein Geschäft ist und dass das Geschäft auch gemacht werden soll. Aber das ist nur am Rande. Lass uns zum Sport kommen in der letzten Runde. Katar, Weltmeisterschaft. Nach vier Jahren, wir sagen, der Hunger und der Wunsch nach Erfolg mit Händen zu greifen bei den Zuschauern. und ich glaube, es ist ja oft so der Wunsch der Nationalmannschaft, wir kehren zurück in die Weltspitze, wir wollen Weltmeister werden. Aber ehrlich gesagt, ist das nicht zu übertrieben, also wird da nicht eine Erwartungshaltung vielleicht geschaffen, die die Mannschaft gar nicht mehr so erfüllen kann? Aber wir können Weltmeister werden können. Also, wenn man sieht, wo die Mannschaft die letzten vier Jahre, was sie an Leistungen gebracht hat und was sie auch in der Nations League an Spielen gebracht hat, würde ich sagen, ist die Nationalmannschaft für mich nicht die Mannschaft Nummer eins, die für den Titel in Frage kommt. Ich fände es schon einen großen Erfolg, wenn die Mannschaft Viertelfinale und dann das Halbfinale erreichen würde, da würde ich sagen, das ist nach den letzten vier Jahren ist das ein ganz großer Schritt, wirkt vielleicht im Rückblick nach den riesigen Erfolgen, die die Nationalmannschaft immer gehabt hat, gar nicht so toll, ist aber in der Wirklichkeit des Sports im Moment wäre das, aus meiner Sicht ist das schon sehr, sehr viel. Ja, also erstmal, wenn ich sage, ich habe ambitionierte Ziele, heißt das ja nicht, dass ich fest davon ausgehe, das auch hundertprozentig zu erreichen, aber das erste Mal bin ich immer so, dass ich immer lieber mir ambitionierte Ziele setze und mir große Anreize setze, dann haben wir einen eigenen Anspruch und der Anspruch kommt jetzt nicht nur, der ist nicht irgendwie vorgegeben, sondern der kommt von den Spielern selber, also in Manuel Neuer hat es ja ausgesprochen, in Joe Kimmich kotzt, dass er das zweite Turnier jetzt noch nichts gerissen hat und das sind ja alle Spieler, die schon viel gewonnen haben, also die haben eine Siegermentalität, die haben Lust und die haben die Qualität, es zu erreichen. Wir haben ja auch andere Turniere gesehen, wo Mannschaften weit gekommen sind, bei der Weltmeisterschaft ein bisschen weniger als bei der Europameisterschaft, aber also da ist erstmal alles drin, wir haben dieses ambitionierte Ziel, wir wissen natürlich, dass wir kein Top-Favorit sind, ich sehe aber jetzt auch in der Landschaft nicht den Top-Favoriten, wo man sagen muss, den zu schlagen, wir hatten es ja mal 2010 oder 2012, die Spanier, die spielen alles her, sehe ich jetzt nicht, die Konkurrenz ist breit und groß und deswegen wird natürlich gerade bei so einem Turnier, wo es dann auch in die K.O.-Phase geht, kann es sehr schwer werden, aber wir müssen doch als deutsche Fußball- Nationalmannschaft diesen Anspruch haben. Da frage ich mich wirklich, ob dieses Anspruchsdenken tatsächlich gerechtfertigt ist, würde ich sagen, im Moment nicht wirklich. Auf der anderen Seite ganz konkret gefragt, wo siehst du eine substanzielle Verbesserung der Mannschaft jetzt bei diesem Turnier im Vergleich zur Europameisterschaft im vergangenen Jahr, also in welchen Bereichen hat sich die Mannschaft weiterentwickelt, dass auch hohe oder höchste Ziele realistisch erscheinen, wo ist die Weiterentwicklung und was macht dich optimistisch, dass die Mannschaft in der Weltspitze tatsächlich wieder zurückkehrt, was natürlich alle wünschen? Na klar, also erstmal haben wir eine sehr gute Qualität von Spielern, die natürlich noch mal in ihrem Alter gereift sind. Ich hatte vor der EM in England auch gesagt, Serge Gnabry, das ist am Ende doch sein erstes großes Turnier nach den Olympischen Spielen. Das hat man dann auch gespürt bei dem einen oder anderen. Wir haben natürlich jetzt auch, schade, dass Florian Wirz verletzt ist, aber Wirz und Musiala waren zum Beispiel zwei super top junge Talente, die schon in vielen Spielen gezeigt haben, was sie können. Wir haben eine gute Qualität. Am Ende ist das natürlich auch ein wichtiger psychologischer Aspekt. Wie findet sich die Mannschaft? Wir haben aus verschiedenen Gründen, war das dann bei der EM in England auch ein bisschen belastet und mit Hansi Flick haben wir natürlich jemanden, der dem Ganzen viel Hoffnung wiedergegeben hat und die Psychologie spielt eine große Rolle. Er zeigt die Wege auf. Er hat es auch bei Bayern München geschafft mit der gleichen Mannschaft, die so ein bisschen dahingedümpelt ist, hat er dann auf einmal alle Titel gewonnen. Da vertraue ich sehr ihm und seinem Trainerstab. Es ist immer eine enge Kiste bei so einem Turnier, aber wir haben natürlich auch hier und da noch wunde Punkte, wo wir sagen müssen, hey, da müssen wir in der Abwehrarbeit, haben wir noch zu viele Schwächen, haben noch dies und jenes auszumerzen, aber ich glaube, wir sind da gut gewappnet, dass wir zumindest diesen Anspruch haben können, weit zu kommen. Worin siehst du die große Stärke dieser Mannschaft? Was zeichnet sie aus deiner Sicht oder was wird sie vor allem auszeichnen bei diesem Turnier? Ja, wir haben mit Sicherheit technisch starke Spieler, gerade was die Offensive angeht, dort immer wieder Möglichkeiten, auch agil zu agieren. Meine Hoffnung ist, und wenn ich die Psychologie angesprochen habe, ist es natürlich so, dass viele Spieler diesen Willen haben, unbedingt etwas zu gewinnen. Der Frust von 2018, von 2021, der hängt und sie wollen natürlich mit dieser Mannschaft was erreichen und zu sagen, es ist auch, sie sind im guten Fußballalter, um einfach das zu erreichen. Bevor wir die Runde so an Sie und die Fragen an Sie weitergeben, eine letzte Frage, so aus Frankfurter und hässlicher Sicht, das spielt hier einer mit bei Eintracht Frankfurt, kennst du auch noch sehr gut, Mario Götze. Ist das ein Mann, der vielleicht bei der Nationalmannschaft dann auch nochmal nicht nur die Erinnerung an große Erfolge in sich trägt, sondern der der Mannschaft dann vielleicht auch in der Realität von November, Dezember 2022 nochmal ein Stückchen weiterhelfen könnte. Ja, also erstmal freue ich mich mit Mario, dass er auch die Kurve nochmal hier nach Deutschland bekommen hat und jetzt auch so einen guten Start bekommen hat. Seine Qualitäten kennen wir. Er hat es ja selber jetzt gesagt, er möchte sich mit diesem Thema gar nicht befassen. Das ist natürlich sicherlich auch für ihn so etwas, dass er nicht täglich darauf angesprochen wird. Ich hoffe schon, dass er trotzdem in seinem Hinterköpfchen immer natürlich darauf hofft und so ein Turnier und für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, sollte eigentlich immer noch wieder was Besonderes sein. Der Vorteil für Ansi Flick ist, dass er 26 Spieler einladen kann. Jedes Mal vor so einem großen Turnier kommt die Frage, wer geht denn mit und wie sieht was aus? Das kann man eigentlich 14 Tage vorher, 10 Tage vorher kann man sehen, wer ist verletzt, welche Konstellationen ergeben sich. Hat man bei irgendeinem Spieler das Gefühl, also der Mario Götze kann jetzt vier Wochen vor der WM die letzten Tage immer bombig einschlagen. Man sagt, hey, man hat ein gutes Gefühl, kann aber genauso gut sein, dass er natürlich auf einmal, zweimal auf der Bank sitzt, weil er einen Formtief hat und dann ist die Diskussion eine andere. Also das wird man sehen, aber ich denke, er tut gut daran, auf seine Leistung zu konzentrieren und jetzt die Eintracht morgen zum Sieg zu führen. Vielen Dank, Oliver Bierhoff, für das Tour de Horizont im Fußballbusiness von der gesellschaftlichen Verantwortung bis zu den Milliarden. Wenn Sie Fragen haben, dann wäre jetzt die Gelegenheit dazu. Ich glaube, es geht jemand mit einem Mikrofon rum. Ja, hallo, guten Abend. Mein Name ist Stefan Bernhardt und ich gehöre auch zu den 80 Millionen Trainern, die es natürlich in Deutschland gibt. Wir wissen immer alles besser. Aber mich würde mal Ihre Einschätzung zu unserer Philosophie, wir haben ja um die Jahrtausendwende so einen Umbruch gehabt im Fußball 2004, 2005 mit Jürgen Klinsmann Internate geschaffen. Sie hatten es ja am Anfang auch angesprochen mit dieser Glocke. Ist es nicht vielleicht wieder auch eine Zeit, es so ein Stück weit aufzubrechen? Weil man hat ja auch oft gemerkt beim Fußball, dass dieses Vogelwild ein bisschen verloren gegangen ist, dass dieses Schachbrettdenken auf dem Spielfeld sehr stark war, sehr stringent war, dass die Spieler wieder so ein bisschen mehr ihren eigenen Charakter, ihre eigenen Ideen entwickeln können und nicht mehr so stark abgeschirmt werden. Nur noch Internat, nur noch Fußball. Die Jungs sind ja recht jung und sind dann manchmal das Gefühl mit 23, 24 auch schon mal ein bisschen im Kopf etwas leerer, weil sie schon so lange auf höchstem Niveau arbeiten müssen. Danke. Können direkt bei mir anfangen. Hervorragend analysiert. Das war sehr gut. Nein, nein, vollkommen richtig. Ich meine, die Phase ist einfach so, wie ich das jetzt sehe. Wir haben natürlich nach dem Ausschein bei der EM 2000 und 2004 hat man gesagt, man muss was im deutschen Fußball machen und dann hat man gesagt, wir brauchen wieder einen technisch starken Fußball, wir müssen mehr Spaß und mehr Freude und mehr Kreativität haben und das haben wir dann entsprechend aufgebaut und das sieht man eigentlich auch daran, dass wir eigentlich lauter, wir haben keinen zentralen Stürmer mehr, der einfach das Ding reinknipst, sondern wir haben alles spielerische Stürmer, die sehr agil sind, technisch stark, nicht so unbedingt immer gerne in Sechzehner gehen, sondern eher drum herum spielen und eben mit ihrer Technik arbeiten und das haben wir halt sehr, wie wir Deutsche dann sind, sehr konsequent und diszipliniert durchgezogen und genau das sehr systematisch und in der kompletten Ausbildung sehr stringent in einer Linie durchgeführt. Das war der eine Aspekt und der zweite Aspekt, dass wir uns ein bisschen zu sehr auch in die Systeme verliebt haben. Also wir haben, ich sage mal, mit den Spielern 85 Viererketten einstudiert und in dem Verhalten das alles beigebracht. Also wir haben sehr gut ausgebildete Spieler, die sich in diesen taktischen Systemen bewegen können, aber eigentlich das Einmaleins wie Dribbling oder ein Kopfballspiel oder ein Abwehrverhalten in gewissen Situationen dabei total vergessen und einen sehr angeleiteten Fußball gespielt. Das fing schon beim Warmlaufen an, richtigerweise. Die Kinder sind von klein auf nur in diesem Fußball Thematik drin und das haben wir klar adressiert im Projekt Zukunft. Das müssen wir ändern. Also ich habe gesagt, wir müssen den Bolzplatzspieler wieder fördern. Hinzu kam, die Professionalisierung des Fußballs hat auch immer mehr zu der Entwicklung beigetragen, dass immer mehr die Ergebnisse im Vordergrund standen und nicht mehr die Entwicklung des Spielers. Banal kann man sagen, sagt mir immer ein Mitarbeiter von mir, sagt er, wo ich 16 war und ich war in der B-Jugend bei Mainz oder so, da war mein Jugendtrainer, war ein 45-jähriger Mitarbeiter oder Arbeiter von der BASF, der hatte zwei Söhne und hat aus Spaß diese Mannschaft noch gemacht und der hat halt ein bisschen Lebenserfahrung, der wusste mit Jugendlichen umzugehen und hat die geführt. Heute sitzt da, mal übertrieben gesagt, ein 24-jähriger, ehrgeiziger, junger Trainer, der schon seine drei Lizenzen gemacht hat, der weiß, wenn ich hier gewinne, komme ich zur nächsten größeren Mannschaft und kriege 1.000 Euro mehr im Monat. Dann wird er alles dafür machen, dass die Mannschaft gewinnt, was aber nicht gleichzeitig bedeutet, dass die Spieler sich entwickeln. Und das wollen wir halt durch verschiedene Systemänderungen auch bewirken. Also es fängt bei den Kindern an, indem wir viel Kleinfeldspiel machen, also dieses 2 gegen 2, 3 gegen 3. Also jeder, der mal vielleicht 6- oder 7-Jährige mal betrachtet und beobachtet hat beim Spiel, die spielen dann auf einem großen Platz. Der eine sammelt vielleicht irgendwelche Mauerblümchen, alle drei Minuten berührt einer den Ball und das war's. Und wenn man natürlich andere Spielformen auch ein bisschen mehr mit Spaß und Freude und mehr Ballkontakt macht, weckt man da die Kreativität und dann natürlich im höheren Bereich versuchen, und ich weiß, dass zum Beispiel die Eintracht Frankfurt im Juniorenbereich ganz klare Devise darauf ausgibt, es geht hier nicht mehr darum, Titel zu gewinnen. Natürlich bei der U19 schon, aber bei der U17 oder U15 oder bei dem kleineren Bereich geht es eigentlich einfach um die Entwicklung der Spieler und das müssen wir fördern, auch durch entsprechende Trainingseinheiten. Und ich persönlich bin auch ein Freund davon, mehrfache Sportarten auszuüben, auch ein bisschen Freiheiten zu haben, damit einfach die Entwicklung in vielfältiger Weise auch vorangetrieben wird. Herr Fahd, in der Mitte. Ja, Frank Kuhlemann ist mein Name. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Ich habe eine Frage zum VAR. Die Frankfurter Eintracht hat ja einen relativ schwachen Saisonstart gehabt und ich habe die Spiele alle gesehen und ich glaube auch als Nicht-Eintracht Fan, muss man sagen, dass die Entscheidungen wirklich zum Nachteil der Frankfurter waren und meine Frage an Sie, Herr Bierhoff, ist, wie sehen Sie persönlich die Zukunft des VAR oder hat er überhaupt noch eine? Ja, ich glaube nicht mehr, dass er abgeschafft wird. Und die Frage ist natürlich immer wieder auch im Fußball, wie viel Technologie kannst du noch anwenden, damit du einfach auch ein faireres Ergebnis hast, also mit der Torlinien-Technologie ist das ja schon mal so ein Punkt, wo man eben auch diskutieren kann. Am Ende kommt es immer wieder auf die Umsetzung an. Ich glaube, in vielen Dingen hat man sich ein bisschen daran gewöhnt. In einigen Punkten gibt es immer noch Diskussionen. Da frage ich mich auch, wieso hat er jetzt nicht eingegriffen oder doch, aber am Ende gibt es dann doch immer nur Menschen, die dann entweder im Keller oder auf dem Platz stehen, die dann auch Entscheidungen treffen. Aber ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise wieder zurückgenommen wird. Hier vorne. Herr Christoph Ries, mich würde interessieren, Sie haben die wunderbare Akademie in Frankfurt. Aber ich vermisse noch ein bisschen, vielleicht habe ich es aber auch nicht nachvollzogen, was die Strategie, was die Philosophie dieser Akademie, wie wirkt die auch vielleicht in die Stadt, in die Region noch ein bisschen stärker hinein. Vielleicht könnten Sie, weil Sie sind ja wirklich dort exponiert unterwegs, ein bisschen eine Information geben, was die Akademie soll, was das Ziel ist und wie wir vielleicht auch in der Region ein bisschen stärker in der Akademie noch etwas mitbekommen oder profitieren. Ja, also die Akademie haben natürlich Menschen unterschiedliche Vorstellungen, was es sein kann. Ich sage immer, mein Bereich Nationalmannschaftenakademie ist so ein bisschen die Praxis und die Theorie. Die Mannschaften sind die Praxis, da sind alle meine U-Nationalmannschaften der Frauen wie Männer mit ihren Trainern und Spielern und in der Akademie ist die komplette Fußballausbildung des deutschen Fußballs und ein Bereich Innovation. Und der Gedanke ist eigentlich, dass in dieser Akademie natürlich unsere Aus-, Fort- und Weiterbildung im deutschen Fußball, dass wir die optimieren, dass wir die erweitern. Es gab also zum Beispiel wenig Weiterbildung im deutschen Fußball für unsere Cheftrainer, für die Co-Trainer, für gewisse Experten. Wir haben ein Sportdirektorzertifikat aufgemacht und gegründet. Also viele solcher Maßnahmen am Ende, um die Menschen, die im Fußball arbeiten, besser zu machen. Von der Spitze bis runter zur Basis, weil ich immer sage, was wir da oben entwickeln, beim Top-Trainer sollte eigentlich auch unten in der C-Lizenz dann natürlich in einem anderen Grad entsprechend runter rankommen. Und ein neuer Bereich, den es vorher nicht gab, ist die Innovation. In der Innovation schauen wir natürlich eigentlich für den deutschen Fußball, was passiert in der Welt, welche Technologien werden verwendet, welche neuesten Entwicklungen gibt es, Fragestellungen, wenn wir gerade von Frauenfußball gesprochen haben, die Trainerinnen kommen und sagen, hey, wir stellen fest, wir haben extrem viele Kreuzbandrisse bei unseren Mädchen zwischen 16 und 18. Woran liegt das? Da setzen wir Studien auf. Und also solche Dinge passieren da und in der Hoffnung, dass natürlich die Theorie ihr Wissen, das sie hat, immer wieder auch mit der Praxis austauscht und die Praxis kommt und sagt übrigens, wir haben ein folgendes Problem oder wir wünschen uns das. Die Theorie das aufgreift, Lösungen bringt, aber genauso gut auch immer wieder zur Praxis geht und sagt, habt ihr mal, wir haben jetzt ein Thema Schlaf zum Beispiel gehabt, großes Thema, Regeneration, Erholung, bei den vielen Reisen, bei den vielen Möglichkeiten, wie informieren wir die Spieler und eben auch Trainer und auch Experten, welche Bedeutung Schlaf hat, wie man damit umgehen kann, wie man entsprechend eben auch das handeln kann und wie man auch Technologie nutzen kann, um das Ganze zu kontrollieren. Also da gibt es zum Beispiel so Schlafringe oder was auch immer. Ich finde schon, da sind wir jetzt am Anfang, weniger die Akademie, sondern noch mehr der Campus, der gesamte DFB muss in, wir haben ja, Herr Inger damals auch darüber diskutiert, muss in Frankfurt stattfinden. Und das ist enorm wichtig, dass wir auch eine offene Tür haben, dass die Frankfurter Bürger sich da auch wiederfinden können, Dinge stattfinden. Da kümmert sich jetzt auch Steffen Simon als neuer Mediendirektor ein bisschen drum, weil ich glaube schon, dass auch der Campus ein kleines Wahrzeichen werden kann. Wenn man mit dem Flughafen über Frankfurt fliegt, da sieht man schon dieses Gelände und wenn wir das wirklich positiv gestalten und auch interessante Veranstaltungen stattfinden, dass wir im Januar zum Beispiel einen großen UEFA Medical Congress da, aber genauso gut andere Veranstaltungen immer auch wieder Gesellschaft und Wirtschaft aus Frankfurt mit einbinden, dann kann das schon ein gutes Zentrum werden. Oberhalb links, bitte. Mein Name ist Oliver Buch, ich komme aus dem kleinen Amateurverein, ich bin leider später gekommen, ich weiß nicht, ob das Thema angesprochen wurde. Die DFL ist ja komplett abgekoppelt vom Amateurfußball und in der DFL hat man ja das Thema, wie man die Gelder verteilt. Und ich als kleiner Amateurverein nehme eigentlich nur wahr, dass ich für jeden Pass, den ich zahlen muss, für den Schiedsrichter muss ich zahlen und das reicht wirklich nicht für die Einnahmen, die sonntags rumkommen. Gibt es da Überlegungen vom DFB, wie man den Amateurfußball, also was quasi nicht leistungsbereich ist, mehr fördern kann? Das ist ein ständiges Thema. Ist jetzt nicht mein Geschäftsbereich, aber es ist natürlich, die DFB hat sich jetzt ein bisschen aufgetrennt. Ich bin ja, wie vorher gesagt wurde, jetzt in der Kommanditgesellschaft. Da muss ich eher sehen, dass der Sport funktioniert und entsprechend mit meinem Kollegen sehen, dass die Einnahmen sind, die dann wiederum in den EV gehen, die sich dann darüber kümmern, wie geht das eigentlich an die Basis ran. Ich glaube, der DFB selber darf Vereine nicht direkt unterstützen, sondern muss es über seine Landesverbände machen und da muss man halt immer wieder sehen, welche Maßnahmen es gibt. Es gibt ja einen Amateur-Masterplan, es gibt Zahlungen an die Landesverbände. Da bin ich jetzt nicht ganz tief drin, aber ich weiß, dass unser Präsident sich darum kümmert und dass es für ihn ein Thema ist, auch jetzt natürlich, auch mit den Energiekosten, die stattfinden, auch die Probleme, die bei der Pandemie da waren, dass irgendwie Sport stattfinden kann. Das wird schon sehr ernst genommen, aber auch da ist es am Ende natürlich immer wieder ein Thema. Hat der DFB Geld dafür? Wie können wir es verteilen und wie kommt es dann am Ende wieder auch unten bei dem Verein an, was wir am Ende auch nicht kontrollieren können? Aber ein Thema, weil Sie auch gerade die DFL angesprochen haben, ist natürlich der Grundlagenvertrag. Der Grundlagenvertrag ist eigentlich die Regelung zwischen dem Profifußball DFL und dem DFB. Der jetzt neu verhandelt wird. Der wird neu verhandelt und da ist natürlich auch die Hoffnung, dass dort mehr Geld generiert wird, damit man eben auch entsprechend mehr an die Basis auszahlen kann. Haben wir noch eine Frage? Ja, vielen Dank. Mein Name ist Patrick. Ich hätte eine Frage und zwar zwei Sachen haben mir aus dem Vortrag sehr imponiert. Das war einmal, wo wir über die erhöhten Spielergehälter gesprochen haben und diesen Trend, dass es immer mehr wird und auf der anderen Seite die gesellschaftspolitische Verantwortung, gerade auch mit der WM in Katar. Ja, und was mich wundert ist, ob Sie ein gewisses Muster sehen, dass umso mehr sich eigentlich das Gehalt eines Fußballspielers erhöht, dass sich da auch eigentlich die Erwartungshaltung der Gesellschaft an den Spieler erhöht, obwohl der Spieler eigentlich nur für seine, ich sage mal, fußballerische Leistung bezahlt wird. Und, das ist die zweite Frage, sind wir da in Deutschland vielleicht und das können Sie sicherlich sagen, vielleicht im deutsch-internationalen Bereich auch sehr, sehr kritisch mit unseren deutschen Spielern. Also, ja, ich weiß manchmal nicht, was ich denken soll, weil, ich sage mal, wir haben manchmal eine, also die Debatte nehme ich sehr ernst und das macht mir schon Sorgen, wenn ich halt vorher gesagt habe, die Schere geht auseinander, jetzt auch mal auch, was passiert in der Gesellschaft, welche Entwicklungen finden da statt und das ist der soziale Frieden und auch die Zufriedenheit der Menschen ist natürlich schon enorm wichtig und deswegen macht man sich da schon viel Gedanken, obwohl man ja auch in einem Bereich arbeitet, wo eben diese vielen Gelder fließen. Und was ich vorher gesagt habe, ich bin also häufig dafür kritisiert worden, nicht nur in der Art, sondern eben auch, dass er die Nationalmannschaft zur Marke gemacht hat. Kann man sagen, ist schlecht gemacht, aber sie hat immerhin den DFB, wo ich angefangen habe, haben wir 100 Millionen eingenommen und jetzt nehmen wir 400 Millionen ein. Und da bin ich schon mal sehr stolz drauf, weil das Geld kann ich nämlich an die Basis weitergeben und dafür konnten wir viele tolle Aktionen machen. Aber man wird dann auf der einen Seite da kritisiert, auf der anderen Seite, sage ich jetzt mal ganz extrem, wird Lewandowski, der auf seiner umweltverschmutzenden Yacht auf Ibiza sitzt, gefeiert. Und das kriegt, finde ich, mit dieser Schnelllebigkeit und mit diesen auch Social Media, kriegst du es einfach nicht mehr hin. Für mich habe ich eigentlich gesehen, dass der Maßstab oder der Anspruch bei der Nationalmannschaft und an einem Nationalspieler eine andere sind, als es beim Verein oder als Vereinsspieler ist. Und da freue ich mich auch drauf, auch wenn es dann hier und da eine Last ist, aber es zeigt doch, es ist was ganz Besonderes, die Nationalmannschaft. Und das hängt den Menschen, es ist mehr als nur irgendwie ein Entertainment, sondern die Menschen hängen auch dran und verbinden Emotionen mit. Und der Verantwortung müssen wir uns gerecht werden. Was ich so generell sehe, es ist halt unglaublich schnelllebig und das ist noch schnelllebiger als früher. Da hast du vielleicht noch gewisse Dinge mal eine Woche mitgeschleppt. Jetzt ist das irgendwie nach zwei Tagen schon wieder was anderes und betrifft die Spiele oder packt die Spiele auch nicht mehr so, wie es vielleicht früher gewesen wäre. Die zweite Frage war? Gut, ich war jetzt in Frankreich und in Italien, Österreich. Es ist überall so, wenn du schlecht spielst, kriegst du einfach... Es ist nicht viel zu gewinnen, ne? Es ist eigentlich, sagen wir mal so, das muss man dem Deutschen schon geben, er ist da schon sehr viel kritischer, auch selbstkritischer. Also wir Deutschen zernagen uns ja manchmal selber, wenn man im Ausland lebt, dann sieht man eigentlich erst, welche Wertschätzung die Menschen für uns Deutsche haben. und man denkt sich, mein Gott, sind wir unentspannt, ja? Was wir alles schaffen, wie wir hier organisiert sind, wie das Handwerk funktioniert, ja? Wie unsere Häuser stehen, ja? Und wir sind kritisch miteinander und von außen schauen so nur drauf und sagen, was habt ihr eigentlich für Probleme? Den Unterschied, den ich jetzt in Italien zu meiner Zeit einfach gesehen habe, ist, der Italiener hat vielleicht noch mehr Freude an schönen Dingen und der freut sich einfach, dass du so dieses Statum, ja? Das hat er einfach mehr, der hebt dich also wirklich dorthin, auch wenn du natürlich dann am Wochenende nicht triffst, wirst du gelünscht so ungefähr, aber du bist trotzdem immer irgendwie da oben und während das natürlich in Deutschland dann schon noch eine andere Mentalität ist. Also ich weiß noch, ich bin mein erster Verein in Ascoli, das war ein kleinerer Verein in der italienischen Liga, da habe ich gedacht, jetzt komme ich da als junger Spieler hin, neu, ich hatte so ein Peugeot, fährst du mal schön ruhig hin und dann kamen die vom Fanklub und haben gesagt, ey Oliver, das kann doch nicht sein, du musst doch ein Mercedes oder ein Porsche fahren, das gibt es doch nicht, ne? Und da war ich also ganz überrascht, weil bei uns ist ja eher so diese andere Mentalität, ne? Und zu sagen, also zeig es lieber nicht, sicherlich auch bei dem einen oder anderen Handwerker, Dem es gut geht, der sagt lieber mit dem Passat vorfahren, passiert ja auch, aber das ist halt ein bisschen anders. Haben wir noch eine Frage zum Fuhrpark oder kommen wir noch zum Fußball? Naja, ich teste immer, ich teste manchmal, wenn man auch Handwerker, ich bin halt so, dass ich auch bei meinen Handwerkern mich echt freue, wenn ich gute Leistungen gut bezahlen kann und ich habe eben immer wieder festgestellt, dass man da nicht an der falschen Stelle sparen kann und wenn einer dann gute Arbeit macht und ich erwische ihn wieder, weiß ich, er hat ein teures Hobby oder hat irgendwas, dann merkt man, ist er immer zuerst unsicher, ob er nicht weiß, dass der Kunde jetzt vielleicht denkt, er nimmt zu hohen Preise, damit er ein schönes Auto fährt oder mit seiner Frau einen schönen Urlaub macht, also beruhige ich ihn immer und sage. Oliver, vielen Dank für die Einblicke in das Privatleben, in den Fußball und wie du gesagt hast, die Deutschen hängen an der Nationalmannschaft wahrscheinlich mehr als an jedem anderen Team und von daher die Daumen gedrückt für Katar, dass er mit dem schönen Erfolg zurückkommt und wenn ein Pokal dabei ist, hat keiner was dagegen. Also, vielen Dank. Vielen lieben Dank für den Besuch heute und für das tolle Gespräch. Eine nicht überraschende Erkenntnis ist, Geld regiert die Welt und Geld regiert auch die Fußballwelt. Ich habe jetzt über regelnde Hände etwas gehört, da bin ich sehr gespannt, ob das irgendwann greifen wird. Das haben sie sich ja gewünscht. Es ist sicher nicht verkehrt, wenn das Geld auch da, wie die letzte Frage eben war, auch da ankommt, wo eben nicht so viel da ist. Eine weitere Gemeinsamkeit, glaube ich, Handwerk, Fußball ist schon auch so ein bisschen dieses Männerdomänen-Thema. Das spielen wir Frauen im Handwerk ja auch immer, aber beim Equal Pay sind wir schon ein bisschen weiter wie der Fußball. Ja und die schönste Erkenntnis eigentlich für mich ist, dass es sowohl im Handwerk als auch im Fußball nicht ohne Begeisterung und ohne Leidenschaft geht. Das ist immer noch die Basis von allem, vom Spielen und auch vom Handwerk und das sollen wir uns doch bewahren. Also bleiben Sie begeistert, bleiben Sie leidenschaftlich und kommen Sie wieder, wenn die Handwerkskammer sagt, Handwerk trifft. Vielen Dank und guten Nachhauseweg. Tschüss.